Servus zusammen, es ist Freitagabend, wir haben in 17.33 Uhr, der DAX, der klickert noch ein bisschen rum, jetzt sind wir momentan bei 13.632 und da waren wir ja zwischenzeitlich, wie jeder mitbekommen hat, deutlich höher. Hier sehe ich den Höchstkurs bei, wo ist denn der, 14.097, ich habe aber auch verschiedene Systeme gesehen, da war der über 14.100. Wie dem auch sei, ich fange mal ganz salopp an und sage, dass ja, das obere Band hat gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier irgendwo eine Unterstützung finden, ist gegeben, ja. Ich stelle jetzt erstmal so einen Raum. Das obere Band klickt runter, wir sind in der Nähe der 20-Tage-Linie gewesen, die ist jetzt heute bei 14.232 und die wird am Montag sein bei 14.160. Die verliert heftig momentan. Das ist oftmals der Fall, wenn wir außerhalb des unteren Bandes sind oder auch des oberen, dass wir dann korrigieren bis zur 20-Tage-Linie. Für mich ist diese Korrektur fast schon abgelaufen, weil wir waren da heute kurz dran. Ich meine, es war eine Bewegung innerhalb von, ich meine, es waren sechs Minuten von rund 600 Punkten aufgrund einer Headline. Na gut, kommen wir gleich zu. Ich habe hier als Unterstützung diesen Bereich hier, das war der, was war denn das, das war der Montag bei 12.438. Das sind alles nur Xetra-Kurse. Und nein, ich nehme keine Nachtkurse mit rein. Lieber Ali, tut mir leid, ich mache es nicht. Wir sind von der Technik her leicht stabilisierend. Muss auch, nachdem wir hier mehr als 1.000 Punkte, und zwar in der Spitze 1.600 Punkte gestiegen sind, oder 1.700 Punkte sogar gestiegen sind, muss ich das hier stabilisieren. Und natürlich ist die Stochastik, sprich der Oszillator, auch positiv. Das sind für mich die beiden wichtigsten Punkte für, sagen wir mal, Ändernleger, also Leute, die länger als fünf Tage hinaus denken, so Richtung, was weiß ich, Vierteljahr, halbes Jahr. Also ich habe das heute gemerkt, da kommt eine Nachricht. In diesem Fall war es eine positive, weil der Putin sich geäußert hat, dass das doch eigentlich irgendwo zu Gesprächen führen könnte und besser wird. Sechs Minuten, 600 Punkte, das ist für diese Märkte, ich möchte nicht sagen normal, aber damit muss man permanent rechnen, nach oben wie nach unten. Stellt euch die Headline vor, die Klitschkos sind gefangen genommen worden, oder der Zelensky oder noch viel schlimmere Dinge, dann habt ihr genau diese Bewegung auch nach unten. Und das ist es, was es so gefährlich macht. Jetzt kann es passieren, ich gehe mal ganz kurz auf, sagen wir mal, ich gehe mal auf den Fünf-Minuten-Short, nur um das zu zeigen. Jetzt kann es passieren, dass ihr hier einen Stop drin habt. Wenn die Order falsch aufgegeben ist, werdet ihr hier oben irgendwo gestoppt. Ihr seid short und dann verliert ihr hier vier, fünfhundert Punkte. Es kann aber auch sein, dass ihr einen Stop-in habt und sagt so, ich möchte gerne hier kaufen bei, sagen wir jetzt mal, was sind wir da, 13.670, dass ihr hier oben ausgeführt werdet. Das kann passieren. Man kann die Order so eingeben, dass man sagt, bitte führe mich auf, aus bei 13.600, von mir aus 700, aber maximal bis 13.750. Das muss man echt machen. Die Bewegungen sind irrational und sie sind zufällig. Da braucht mir jetzt hier keiner kommen mit, keine Ahnung, Ishimoku, Kinko Hiro oder LJ oder dem Kaffeesatz der Großmutter. Das ist zufällig. A, die Zeit und B, die Auswirkung. Das ist reiner Zufall, nichts anderes. Das kann man nicht berechnen. Man kann sagen, der Markt geht ein bisschen hoch oder geht ein bisschen runter. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, der hat hier oben verkauft, weil er das hier unten gekauft hat, ja, den blockiere ich sofort aus meinem Chat. Also das geht gar nicht. Ich gehe mal zurück auf den Tag. Beim letzten Mal hatte ich gesagt, ich habe diese Schnüffelstücke gekauft, hatte ja extra noch diesen Film gemacht mit den 16 Werten. Die habe ich gekauft und ich hatte dann irgendwann hier 20 Prozent drin. Ich habe die auch zu früh, gebe ich ganz klar zu, das war am Mittwoch. Ich habe um 12 Uhr angefangen und ich habe um 16.30 Uhr, habe ich dann aufgehört, habe ich die zugemacht und dann gingen wir auf einmal auf die fast, oder ich glaube, wir waren sogar 14.000, dann kurz nach 17.30 Uhr. Es ist so. Ja, ich war trotzdem zufrieden. Wenn Schnüffelstücke schon Geld bringen, dann ist das immer eine coole Sache. Und da waren so Sachen dabei, wie Deutsche Bank von 8,33 auf 9, ich weiß es nicht, 70 oder irgend so was. Da muss man mit zufrieden sein. Wenn man damit nicht zufrieden ist, dann wird man nie glücklicher an der Börse. Ich fand es cool, alles in Ordnung, hat gepasst. Ich möchte fast garantieren, dass wir auf Sicht von zwei Jahren sind wir wieder höher mit dem DAX. Aber momentan rechnet jedes Unternehmen mit ganz spitzen Bleistift. Oje, was kostet uns die ganze Geschichte? Wie lange müssen wir irgendwelche Usinenfabriken zumachen? Ja, das weiß keiner. Wir hatten eine solche Bewegung mit dem deutlichen nach unten und dann dem fetten nach hoch, hatten wir schon mal. Das war diese hier. Das war im August 1991. Das kam auch von Russland. Seinerzeit am Freitag haben wir hier geschlossen bei 1650. Dann kamen wir das Wochenende, dass wir den Gorbatschow und seiner Datscha festgehalten haben. Montag ging das fast 10 Prozent runter. Dann haben sie bis Dienstag da mit Essen versorgt und am Mittwoch haben sie ihn rausgelassen. Am Mittwoch ging das Ding fast wieder die 10 Prozent hoch. Und danach erst mal nur runter. Bis auf diese kleine Gegenbewegung hier. Ging es erst mal runter. Also ich kenne diese Dinge und bei dem Herrhausen-Attentat war das ähnlich. Morgens 5 Prozent tiefer. Um 12 Uhr kamen die Orders der Kleinanleger. Dann waren wir unverändert. Also ungefähr um 13 Uhr waren wir unverändert. Und um 17 Uhr waren wir 5 Prozent höher. War auch eine 10 Prozent Bewegung. Und das gab es vor zwei Jahren auch schon mal. Es gibt diese Bewegungen. Die sind selten, aber die gibt es. Das muss man einfach immer mit reinrechnen. Also was den Markt an sich angeht. Ich habe hier die großen Marken. Deswegen habe ich euch auch heute vier Scheine mitgebracht. Zwei Calls, zwei Puts, die deutlicher voneinander auch weg sind. Hier kann jederzeit eine sehr gute Nachricht kommen. Von wegen wirklich Friedensverhandlungen, die irgendwie gefruchtet haben. Es können aber auch schlechte kommen. Das muss man einfach wissen. Ich gehe, ich habe nicht nur die Schnüffelstücke komplett glatt gestellt. Ich gehe so glatt wie schon lang nicht mehr in ein Wochenende rein. Ich habe immer noch ein paar Aktien. Allerdings ist das, was habe ich denn hier noch? Ich habe noch ein bisschen Bayer, weil das finde ich ist einer der stabilsten Werte hier. Ich habe Kleinigkeiten Siemens Energy gekauft. Das finde ich auch in Ordnung. Ansonsten sind die Aktien, die ich habe, das ist so vierte, fünfte, sechste Reihe. Das ist irgendwo so Mülltonnenliga. Das sind einfach nur, das sind Spaßpositionen, das sind Zockereien. Mehr ist das nicht. Das würde ich hier niemals nennen. Da habe ich gleich das BaFin vor der Tür. Ich finde, man kann, also das, was ich zum Beispiel am Mittwoch gesagt habe, also ich glaube, es geht eher hoch, weil es stehen Friedensverhandlungen an. Diese Dinger, das muss man sich vielleicht eher mal so merken. Wenn jetzt am Wochenende kommt, wir treffen uns am Dienstag, gehe ich nicht davon aus, dass der Montag großartig schwach wird, weil der Markt halt immer noch Hoffnung hat. Also davon gehe ich aus. Solche Geschichte. Aber dann diese, ja, sorry, fast obszönen Bewegungen nach oben oder unten. 500, 600 Punkte. Also hilfreich ist es nicht. Also zumindest nicht für den Markt, weder nach oben noch nach unten, weil das bringt eine Nervosität rein. Die braucht kein Mensch. Und gerade, und das tut mir so leid, die Trading-Anfänger, die werden hier völlig überfordert. Ich kann es nur wieder sagen, bleibt klein, macht den Hebel ein bisschen ruhiger, trotzdem den Stop ordentlich ran, aber bleibt klein, das kann in beide Richtungen hier im oder explodieren. Einfach aufpassen. Jetzt zeige ich euch mal die Scheine, die ich habe, also die ich euch nennen will. Der eine, das ist ein 12.442er, da sind wir hier unter dem letzten Zwischentief. Das ist die GX49ME. Der nächste Call, der ist deutlich höher, 12.942, da sind wir hier. Der liegt schon erheblich näher dran, das ist die GK1W7B. Dann habe ich diesen Putt hier, 14.301, den habe ich genommen, weil wir dann nach der 20-Tage-Linie liegen, also drüber. Das ist die GX8RER. Und dann habe ich noch einen, der liegt weiter weg, 14.600, der liegt noch hier, dahinter. Da, 14.607, das ist die GK1H9G. Also ich kann es nur wieder sagen, bleibt klein. Das können hier ganz heftige Schwankungen nach oben oder unten sein. Ich hoffe, die kriegen bald ihren Frieden da drüben. Das wäre schön, irgendwie sieht es aber alles nicht danach aus. Also zumindest nicht in den nächsten paar Tagen. Trotzdem würde ich es denen wünschen, Kopf hoch. Tja, ansonsten wünsche ich euch ein hoffentlich angenehmes Wochenende und auf demnächst. Bye, bye. Bye, bye.